So, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe gesehen, dass ich in der letzten Folge echt, glaube ich, 10 Minuten gebraucht habe für das Foto-Rätsel in Einführungsstrichen. Ja, deswegen kann ich das verstehen, wenn ihr vielleicht wirklich die letzten 10 Minuten irgendwie vorgespult habt oder so. Ja, aber wenn man zuguckt, dann sieht man das vielleicht auch immer so ein bisschen eher, wo was hinkommt. Ich weiß nicht. Ich, ähm, naja. So, dann wollen wir mal auf den Dach bauen. Die Tür ist abgeschlossen. Oh, oder auch nicht. Wir brauchen also erstmal einen Schlüssel. Dann haben wir hier soweit alles gesehen, ne? Auf dem Balkon, äh, waren wir auch. Sind wir hier irgendwo rechts? Nein, okay. Genau, und ich wollte eigentlich, wollte ich ja ins Zimmer reingehen, ne? Gucken, ob der, rufen wollte ich gerade sagen, ob der Kamin jetzt an ist. Und ob wir jetzt vielleicht irgendwas anderes da noch machen können im Zimmer. Äh, wer war hier nochmal? Ach ja, Robert war hier, genau. Viktoria, da wollte er nicht reingehen, ne? Viktoria ist im Gemeinschaftsraum. Genau, er wollte da nicht rein, weil Viktoria nicht da ist. Das war ein anständiger Kerl, der nicht in anderen Sachen rumwühlt, wenn diejenigen nicht anwesend sind. Obwohl, ne? Wenn wir da an den rote, an die rote Weinflasche denken, so, äh, naja. Ähm, zum Zimmer. Was war das? Achso, das war gar nichts genau. Ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das Feuer ist immer noch nicht an. Gutes Personal heutzutage, schlecht zu finden. Alles muss man selber machen. Ja, okay, dann hat sich ja hier jetzt noch nichts verändert. Ich dachte, der hätte jetzt den Kamin schon angeschmissen. Wo treibt sich denn der Bates dann rum? Wir gucken mal in der Küche. In der Haupthalle war er ja nicht mehr gewesen, nachdem wir mit ihm gesprochen hatten. Draußen hat er nichts zu suchen, da haben wir ja den Stallknecht. Stallknecht, dieses Wort einfach, so Knecht so. Ähm, ja. Ähm, äh, draußen hat er ja eigentlich nichts verloren, deswegen kann er ja dann eigentlich nur in der Küche sein, ne? Bibliothek, Esszimmer. Noch mal doppelklicken, ich glaub, dann geht's schneller, ne? Hier hatten wir auch alles. Genau, hier haben wir die Bonbons rausgeholt. Der zeigt aber immer noch die Obstschale an, ne? Na gut, es kann ja sein, dass es nichts zu bedeuten hat. Küche. Ja, tatsächlich. Weil wir waren ja auch noch nicht im Keller, weil er irgendwie den Schlüssel nicht nimmt, obwohl er zwei Schlüssel hängen. Und er muss ihn ja auch nicht einstecken, er kann die Tür aufmachen und wieder hinhängen. Ich versteh nicht, wo das Problem ist. Wir quatschen mal nochmal mit ihm. Bates? Ja, Sir. Sie sehen nicht gut aus. Warum nehmen Sie sich nicht ein paar Tage frei? Danke, Sir. Es geht schon. Es ist nur... William, wir haben unsere besten Jahre hier zusammen verbracht. In der Tat. Im Laufe der Jahre sind Sie bestimmt gute Freunde geworden. Ja. Ah, bitte lassen Sie uns nicht weiter darüber reden. Es hat in letzter Zeit schon genug Sorgen gegeben. Bates, Sie sollen wissen, dass Sie uns eher ein Freund als ein Diener sind. Danke, Sir. Als ein Diener. Ah. Ja, dann. Aber jetzt erst mal rumkacken am besten, aber können wir gar nicht, ne? Schade jetzt. Nach dem Spruch würde ich Ihnen am liebsten jetzt so voll zu Sau machen, warum in meinem Zimmer eigentlich immer noch nicht der Kamin an ist. Das wäre ganz... Ich fände es auf jeden Fall ganz lustig. Schlüssel zum Dachboden, Setze mit Objekt, Bates und Foto. Okay, fragen wir mal, ob man hat einen Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel vom Dachboden. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er hängt in der Küche, gleich neben der Kellertür. Sie können ihn nicht übersehen. Ich brauche den Schlüssel nachher selber. Können Sie ihn später wieder dorthin hängen, Sir? Natürlich. Ich bringe ihn wieder zurück. Danke. Ach so, das sind also nicht zweimal Kellerschlüssel, sondern Keller und Dachboden. Das habe ich an der Stelle gefunden, zu der Sie mich geführt haben. Sie meinen, dort wo Sir William? Ja. Ich bin sicher, es wird Licht in das bringen, was geschehen ist. Da bin ich nicht so optimistisch, Sir. Vielleicht sollten Sie dieses Objekt Inspektor Collier übergeben. Bates, dieses Ding kann uns helfen, etwas Neues herauszufinden. Ich weiß nur eines, Sir. Sir William ist tot. Und nichts und niemand kann das ändern. Sie glauben, dass es Selbstmord oder ein Unfall war? Ich habe William zu lange gekannt, um das zu glauben. Tja, ich habe meine Meinung zu der Sache schon geäußert. Lassen Sie mich jetzt wieder arbeiten, Sir. Sie überraschen mich, Bates. Es tut mir leid, Sir. Sprechen Sie mit Henry. Er hat an dem Abend im Blumenbeet gearbeitet. Er weiß vielleicht mehr als ich. Ich habe das Gefühl, Bates weiß etwas, was er verheimlichen will. Aber warum sollte er das tun? Hm. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, weil er Angst hat, dass er dann der Nächste ist oder so. Weil, keine Ahnung, wenn wir die Vermutung haben und er kennt ihn ja nun mal auch sehr, sehr gut. Und er kann sich auch mit Sicherheit nicht vorstellen, dass es Selbstmord war. Geht's Ihnen ganz bestimmt gut, Bates? Sie wissen, dass Sie sich jederzeit ausruhen können. Danke, Sir. Ich glaube, es wird schon. Sehen Sie sich dieses Foto an. Kennen Sie diesen Mann? Hm. Er kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe allerdings kein gutes Gedächtnis für Gesichter. Tut mir leid, Sir. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Okidoki, dann nehmen wir uns mal einen Schlüssel. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Können wir jetzt vielleicht auch in den Keller gehen, weil Bates hier mit im Raum ist? Wir gucken mal. Ich habe den Schlüssel wieder dahin zurückgehängt, wo ich ihn gefunden habe. Du sollst doch nicht den Dachboden... Ach, Junge. Was ist denn mit dir? Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Ja, das hast du fein gemacht. So, und jetzt solltest du eigentlich den Kellerschlüssel nehmen und nicht den anderen wieder hinhängen. Wir versuchen mal die Tür. Ich habe keinen Grund, in den Keller zu gehen. Gibt's da nicht den Wein? Haben wir da nicht einen guten Grund, darunter zu gehen? Würdest du Wein zu holen? Ach, verdammte... Also ehrlich. Oh, Ruhe. Haben wir die schon angeklickt? Scheint nicht zu funktionieren. Sie zeigt sieben Uhr dreißig an. Sieben Uhr dreißig. Toll, jetzt muss ich mir das hier irgendwo notieren, wo ich in, keine Ahnung, einer Woche noch weiß, warum ich sieben Uhr dreißig notiert habe. Aber vielleicht sollte ich mir extra, das ist eigentlich eine gute Idee, meinen Blog nehmen und auf jeder Seite ein Game drüber schreiben, Überschrift und dann da immer Notizen machen oder so. Damit ich den Überblick habe. Sieben Uhr dreißig. Weil, wenn ich das in einer Woche oder so weiterspiele, weiß ich das doch nicht mehr. So, okay. Dann gehen wir erstmal jetzt zum Dachboden. Die Tür ist abgeschlossen. Oh, really? Ich muss dir jetzt echt sagen, dass du den Schlüssel nehmen sollst. Also bitte. Samuel, denk mal mit. Oh, wie gern würde ich auf so einen Dachboden mal rum... Sie ist abgeschlossen. Rumschmökern. Boah, das wäre voll geil, oder? Ich meine, so eine alte Villa sowieso voll geil, so da rumzulaufen und alles zu inspizieren. Aber dann so ein Dachboden mit so Truhen und keine Ahnung, so alte Fotos. Boah, alte Fotos. Fände ich dann super interessant. Sie ist leer, bis auf ein paar Bögen Papier. Alte Schriftrollen und viele Spinnweben. Da ist nichts Nützliches drin. Die ist interessant, die ist abgeschlossen. Was haben wir hier noch? Also dafür, dass das so eine riesige Villa ist und schon ewig existiert, ist das hier sehr aufgeräumt und auch sehr wenig Zeug, ne? Steht hier rum. Hm, ich wüsste jetzt nicht, was daran seltsam ist, aber okay. Weil hier sind Löcher und so drin und keine Ahnung. Okay, kommen wir von hier aus zu dem Turm, wo William immer gearbeitet hat, oder was? Der Zugang zum Turm ist zugenagelt. Ich muss diese Bretter irgendwie loswerden. Hm, okay. Das schaffe ich nicht mit bloßen Händen. Ja, das hätte ich auch vorsagen können. Warum haben die das zugenagelt? Ja, ist was Schlimmes passiert, aber den Zugang dazu zuzunageln. Wahrscheinlich haben die auch nicht alle Klamotten vorher da rausgenommen. Hätten wir doch hier gerade irgendwo noch was? Na gut. Den Schlüssel müssen wir noch finden. Können wir jetzt vielleicht, ja, ich weiß nicht, mit dem Hammer. Normalerweise hat ein Hammer ja oft, ich habe mit dem Hammer jetzt nicht gemerkt, wie der aussah. Ja, hatte der auf der anderen Seite die Möglichkeit, zum Beispiel Nägel rauszuziehen? Wenn ja, dann können wir jetzt vielleicht den Hammer aus dem Stall mitnehmen. Weil wir haben ja so nichts dabei irgendwie, ne? Womit wir die Bretter irgendwie, ja, entfernen könnten. Ich finde es nur ein bisschen komisch, warum wir den Hammer nicht sofort mitnehmen können. Weil ich sage mal, keine Ahnung, die Bonbons zum Beispiel, konnten wir ja auch sofort mitnehmen. Und da haben wir eigentlich auch noch keine Verwendung für, außer dass wir die natürlich selber essen könnten. Aber. Ja, hat er, okay. Hm, der sieht neu aus. Damit müsste ich die Bretter vor der Tür zum Turm abhebeln können. Sehr schön. Jetzt packt er ihn auch ein. War hier sonst noch irgendwas? Ne, ne, das hatte er sofort ignoriert. Ja, und wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Ja, weiß nicht. Man hätte es sofort mitnehmen können. Auf der anderen Seite muss man sich dann halt merken, dass man den gesehen hat. Macht das Ganze natürlich etwas schwieriger. Gut, wenn man das jetzt in einer Session gerade spielt wie ich und erst eine Stunde vorher den Hammer gesehen hat. Auch nicht allzu eine Herausforderung. Lass die Sau raus. Hä? Ich wollte gerade sagen, so erst habt ihr bestimmt gesehen, ne? Es sind die Bretter runtergefallen, dann waren die auf einmal wieder da und dann waren die alle komplett weg. Naja, ist schon ein Altersgame, ne? Wir müssen ein bisschen Nachsicht haben. Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Okay, das war klar. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel sein könnte. Ich sollte Victoria fragen. Das war ja klar. Nicht nur zugenagelt, sondern auch noch verschlossen. Nein, aber dafür muss man sagen, klar, außer jetzt natürlich hier der Protagonist, der sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Vor allem das Gesicht, wenn man ihn von vorne sieht, sieht schon ziemlich merkwürdig aus. Aber es könnte auch einfach ein heutiges Pixel-Game sein. Und vom Hintergrund her, finde ich, ist es noch sehr, sehr schön. Also dafür, dass es so alt ist, sehr, sehr schön. Und man hatte ja leider keine Möglichkeit, die Auflösung zu ändern. Wäre natürlich schön, wenn die das im Laufe der Zeit vielleicht mal so remastered hätten oder so. Dann würde das, glaube ich, richtig nice aussehen. Also in den Hintergrund und so muss man eigentlich nicht nochmal, aber die Protagonisten, also die Leute, die hier rumlaufen oder so, vielleicht noch ein bisschen verschönern. Und dann so in Full HD oder so. Sehr schön. Kann man auf jeden Fall noch sehr gut spielen. So, Victoria. Ist die denn noch im Gemeinschaftsraum? Oh, jetzt müssen wir uns bestimmt mit der erst drei Stunden unterhalten, oder? Ich meine, das ist eine alte Dame. Die labern doch immer viel, oder? Weil die so Langeweile haben und so. Einsamkeit. Erstmal ein Schlückchen. Mit Schuss. Victoria, ich weiß, du möchtest für dich sein, aber ich muss etwas wissen, was nur du beantworten kannst. Vielleicht hilft es mir, auf andere Gedanken zu kommen. Erinnerungen können so zermürbend sein. In den letzten Jahren habe ich oft hier gesessen, allein mit meinen Gedanken. Worüber möchtest du reden, Samuel? Boah, okay. Da haben wir einiges zu tun. Ja gut, fangen wir... Wir fangen aber bei dem Schlüssel diesmal an. Nicht von vorne. Ich möchte erst wissen, ob sie den Schlüssel hat. Und wenn ja, wo der ist. Victoria, ich brauche den Schlüssel von Williams Arbeitszimmer. Ich weiß, du willst nicht, dass jemand dort hingeht, aber... Niemand darf dieses Zimmer betreten. Warum redest du über diesen Ort mit mir, Samuel? Warum zwingst du mich daran zu denken? Ich wollte nur... Geh weg. Ich will jetzt allein sein. Natürlich. Oh, okay. Das, äh... Damit habe ich mich direkt ins Aus geschossen. Verdammt. Äh, ja. Okay, können wir sie nochmal stören? Ich sollte Victoria jetzt in Ruhe lassen, nachdem ich sie gekränkt habe. Ich entschuldige mich später. Ach, kacke, ey. Ah, toll. Warum habe ich jetzt damit angefangen? Warum habe ich sie jetzt erst nach dem Schlüssel gefragt? Okay, was haben wir... Oh, haben wir noch gar nicht angelegt, ne? Hier hinterlegt Bates unsere Post. Im Moment ist keine Post da. Ach so, okay. Ach, shit. Wir hätten so viel mit ihr reden können, aber ich war jetzt einfach, äh, zu scharf auf den Schlüssel. Ich wusste ja nicht, dass sie direkt so krass reagiert. Sie hätte auch sagen können, so, ich will nicht, dass du da reingehst und, ähm, habe ich dir doch gesagt, blablabla. Der Schlüssel ist gut verwahrt in meinem Zimmer. Ja. Okay, dann gucken wir gleich. Ah, okay, er ist weg. Ähm. Bum, bada, bum, bum. Was ist da? Ein schmutziger Kaffeebecher. Auf der Seite ist ein großes B. Vermutlich gehört er Bates. Was ist denn das für ein Saustall hier, ey? Was für ein Haushalt. Steht hier einfach so ein schmutziger... Also, wenn ich den Bates gleich sehe, kriegt der erst mal Pausmaul. Erst macht er meinen Kamin nicht an. Jetzt lässt er hier schmutziges Geschirr rumstehen. Können wir jetzt nach unten? Eigentlich haben wir immer noch keinen Grund, ne? Ich habe keinen Grund, in den Keller zu gehen. Jo, okay. Wir hängen den Schlüssel mal wieder hin. Ich habe den Schlüssel wieder dahin zurückgehängt, wo ich ihn gefunden habe. Das hast du fein gemacht. Im Moment können wir ja auf dem Dachboden da nichts machen. Für die Truhe haben wir auch keinen Schlüssel. Nee, ich wollte zur Treppe. Ich will jetzt einmal kurz gucken, ob wir vielleicht jetzt in das Zimmer von Victoria gehen können. Weil wir ja einen Grund haben, jetzt rumzuschnüffeln nach dem Schlüssel. Ach, okay. Okay. Können wir mit ihm vielleicht noch was besprechen? Hallo. Oh, okay. Okay, jetzt können wir uns das erste Mal entscheiden, ob wir positiv oder negativ reagieren. Und ich glaube, das ist auch für den Spielverlauf wichtig, dass wir weiterkommen. Wir versuchen aber erst immer die nette Schiene. Ich habe das Foto im alten Flügel gefunden. Und dann ist das Gegenteil der Fall. Morris sagt, dass Henry sehr viel trinkt. Das gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Aber es war sonst keiner da, der seinen Job wollte. Das heißt also, wir müssen seine schlechte Gewohnheit ertragen. Außerdem hat er sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Bisher nicht. Richtig. Ich muss jetzt gehen. Gut. Dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Ja, im Prinzip kann uns das scheißegal sein. Ich weiß nicht, wenn er sich jeden Abend zum Beispiel die Birne zusäuft. Ich meine, wer will hier schon arbeiten, ne? Am Arsch der Welt, ganz allein. Ich würde natürlich trotzdem ihm gut zureden. Einfach wegen seiner Gesundheit willen. Aber ansonsten ist es natürlich seine Sache, wenn er jetzt nicht den ganzen Tag hier stockbesoffen rumläuft. Achso, ich wollte noch mal kurz im Zimmer gucken, ob vielleicht jetzt unser Kamin mal an ist. Ah! Ich habe den Kamin in Ihrem Zimmer angezündet, Sir, wie Sie mich gebeten haben. Danke, Bates. Es war recht kalt da drin. Ich werde mich jetzt um meine weiteren Pflichten kümmern. Falls Sie etwas benötigen, ich bin unten in der Halle zu finden. In Ordnung. Gut, da gehen wir auf gleich nochmal hin, weil wir hatten ja irgendwas noch bei jedem offen zu besprechen. Und vielleicht haben wir jetzt noch ein, zwei Sachen mehr, zum Beispiel mit Victoria und dem Dachboden. Mit dem Schlüssel. Der Kamin ist angezündet. Jetzt ist es angenehm warm. Okidoki. Hat sich jetzt daraufhin können wir jetzt hier irgendwas noch machen, was wir von nicht machen konnten? Wir werden immer mal wieder in diese Schublade reingucken, weil ich finde es komisch, dass wir sie anklicken können, obwohl hier nichts ja, anzugucken ist oder so. Deswegen gucken wir einfach immer zwischendurch mal hier rein. Deswegen dachte ich, jetzt hätte sich jetzt hier irgendwas verändert, nachdem der Kamin an ist. Aber ist nicht der Fall. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder runter und sprich mit Bates. Und sprich mit Bates. Hat der nicht gesagt, der ist unten in der Haupthalle? Warum hängt er jetzt hier nicht rum? Der hat doch gesagt, der ist unten. Komisch, dann gucken wir mal eben in der Küche, ob der da ist. Wollte doch noch mal mit ihm reden. Ah, okay, er kocht schon wieder. Bates? Ja, Sir? Bates, ich habe Victoria etwas Unangebrachtes gesagt. Meinen Sie, sie wird eine Entschuldigung annehmen? Aber gewiss, Sir. Madam hat ein mildes Herz. Aber, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sir, entschuldigen Sie sich so bald wie möglich. Warum ist der Eingang zum alten Turm versperrt? Madam hat mich angewiesen, die Tür zuzunageln, damit sie nie wieder an diesen Ort denken muss. Sie möchte nicht, dass Williams Arbeitszimmer betreten wird. Ich verstehe. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Naja, nur weil man den Turm abschließt und zunagelt, heißt ja nicht, dass man daran nicht mehr denkt. Aber, ja gut, verstehen tue ich es natürlich, was sie damit ausdrücken möchte. So, wir sehen uns in der nächsten Folge und versuchen uns dann bei Victoria zu entschuldigen. Und vielleicht können wir dann die anderen Sachen abklappern, die wir mit ihr alle besprechen konnten. Und kommen dem Schlüssel zum Turm ein Stückchen näher. Bis dann. ein Stückchen näher. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.